Wie Jewelball, aber es ist doch Dezember. Yeah, Hogwarts the Mini! Oh Scheiße, Termine, die Russen sind da! Das sind Bulgaren, du Affe! Yeah, Titten, Arsch! Jetzt geil dich mal nicht so an unseren Gästen auf! Hey du, lass mal voll random miteinander ausgehen, obwohl wir nie wirklich was miteinander zu tun hatten. Okay. Nice. Sie hat ja echt nicht lange gefackelt. Ha! Ist das der Plastikpokal? Ganz offensichtlich, du Wichser! Hey! Wow, cooles Inder-Kostüm! Wo ist eigentlich dein Inder-Drehstuhl? Ja, hier! Ja, ich bin voll in, weil ich neben Indern sitze, juhu! Nice! So viele Sachen auf einmal. Was passiert wohl zu Weihnachten hier in Hogwarts? Wer sind die französischen und russischen Gäste? Ah, Bulgaren! Vielleicht erfahren wir nächste Woche mehr. Ja! Ja!